Die Splashtop Remote Desktop Software gibt Ihnen die Freiheit und Flexibilität, von jedem Ort der Welt und zu jeder Zeit auf Ihre Computer zuzugreifen. Sie werden sich nie wieder Sorgen machen müssen, dass Sie nicht in der Nähe Ihrer Computer sind. Mit Splashtop können Sie Ihre Computer von einem anderen Gerät aus fernsteuern und haben das Gefühl, direkt davor zu sitzen. Damit ist Splashtop ideal, um von überall aus zu arbeiten, Support leisten zu können und ebenfalls, um aus der Ferne zu lernen. Für den jederzeitigen Fernzugriff installieren Sie einfach den Splashtop-Streamer auf allen Computern, auf die Sie zugreifen möchten. Anschließend installieren Sie die Splashtop-App auf jedem Computer, Tablet oder mobilen Gerät, mit dem Sie den entfernten Computer steuern möchten. Einmal eingerichtet können Sie die Splashtop-App auf Ihrem Gerät öffnen, Ihre Liste von Computern sehen und auf denjenigen klicken, auf den Sie zugreifen möchten, um sofort die Fernverbindung zu starten. Splashtop arbeitet plattformübergreifend. Das heißt, Sie können auf Ihre Windows, Mac und Linux-Computer von jedem anderen Windows, Mac, iOS, Android oder Chromebook-Gerät aus zugreifen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sehen Sie den Bildschirm des entfernten Computers in Echtzeit und können die Kontrolle darüber übernehmen. Alle Ihre Dateien und Anwendungen werden für Sie zugänglich sein. Sogar ressourcenintensive Programme wie Videobearbeitungssoftware, Grafikdesign und 3D-Modellierungstools können verwendet werden, während Sie aus der Ferne auf Ihren Computer zugreifen. Darüber hinaus verfügt Splashtop über alle wichtigen Remote-Desktop-Funktionen, wie zum Beispiel Dateitransfer per Drag & Drop, Multimonitor-Unterstützung, Remote-Druck, Remote-Wake-On-LAN, Sitzungsaufzeichnung und vieles mehr. Mit Splashtop erhalten Sie das zuverlässigste und sicherste Remote-Desktop-Tool zum besten Preis. Splashtop eignet sich hervorragend für Privatpersonen, die auf Ihre Desktops zugreifen wollen. Für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern den Zugriff auf die Bürocomputer ermöglichen wollen, um aus der Ferne zu arbeiten. Und für Bildungseinrichtungen, die ihren Studenten den Zugang zu den Computerräumen am Campus erleichtern wollen. Erfahren Sie noch heute mehr über die Splashtop Remote-Desktop-Software und testen Sie sie kostenlos.